Hallo Ladies and Gentlemen, wir stehen hier vor einem Haus in Florida, das wir bereits verkauft haben. Für nur 139.178,88 Euro oder 180.000 US-Dollar. Der Umrechenkurs ist vom 1. November 2012. Dieses Haus hat neben einem großzügigen Wohnbereich eine offene Küche mit Ess- und Entertainment-Area, drei Schlafzimmer, zwei Bäder und eine wunderschöne Terrasse im Garten. Wenn auch Sie ein Interesse an einem Haus oder eine Eigentumswohnung in Florida haben, dann sollten Sie jetzt mit uns sprechen. Den Link für eine Kontaktaufnahme finden Sie am Ende dieses Films. Danke für das Anschauen dieses Films mit sonnigen Grüßen aus Florida. Vielen Dank.